Hallo Leute, herzlich willkommen in der schönen Anlage X301 und wir befinden uns hier auf einer Insel und zwar neben Artefine und haben dort eine Quest und da ich hier eh gerade die Mokosamen gemacht habe, machen wir heute die Mokosamen. Auf der Insel kann man natürlich hier nicht reiten, was ja echt richtig blöd und langweilig ist, aber gut, wir können es halt auch nicht ändern. Wir haben jetzt hier die Aufgabe erstmal die Mokosamen schnell für euch zu suchen und der erste Mokosamen ist direkt hier in der Wiese drin, also hier ist der allererste Mokomosamen. Der zweite Mokomosamen ist da oben in der Ecke. Da gehen wir auch ganz schnell hin. Einfach hier die Treppe hoch und dann ist er hier am Stein in der Ecke versteckt. So. Ja, auf der Insel gibt es immer eine wiederholbare Quest. Da kriegt ihr müsst immer 1000 Batterien oder 1000, ähm, was war es noch? Steckdosen, äh, nicht stecklosen Batterien war es einmal. Klübe musste ich einmal schon sammeln, also hier habt ihr immer ordentlich zu tun, aber ich habe es jetzt nicht, ich habe es zweimal gemacht und danach war es mir zu blöd. Der dritte Samen ist hier drinnen, in der Ecke, und zwar direkt hier unten, neben der Luke, da ist der dritte Samen. Der Samen Nummer vier ist da unten, hat schon was von so einem Schrockplatz, ne, und so eine Gefängnisinsel irgendwie. Also der vierte Samen ist dann hier unten. Und zwar direkt hier ist der vierte Samen. Nummer fünf, da kommen wir auch gleich hin. Das geht alles relativ zügig. Also Mokomosamen, wenn man sie einmal hat, dann ist es relativ zügig, sie abzulaufen. Ähm, es gibt ja noch Labyrinthe und so, das ist nur, da weiß ich nicht, wie ich das Video dazu machen soll, weil es wirklich crazy ist, weil man bei dem Labyrinth immer woanders auftaucht, ähm, und immer eine andere Position hat, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da rauszufinden, wo man ist. Aber wir kriegen das irgendwie noch hin, vor euch. So, und der letzte Samen befindet sich hier unten in der Ecke. Hier befindet sich der letzte Samen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr findet auch alles Samen. Wir sehen uns.